Wunderbar, ich grüße euch. Willkommen zum zweiten Streich in dieser Woche. Es steht wieder hier so eine Zwischenfolie an. Das bedeutet, wir betreten ein neues Kapitel. Das ist eigentlich das letzte große Kapitel, das wir in der DB1 hier besprechen werden. Ich denke, wir haben in diesem Durchlauf Zeit sogar noch das allerletzte Kapitel zu besprechen. Manchmal fällt das in Durchgängen der DB1 hinten runter, weil einfach die Zeit fehlt. Aber ich denke, wir sind diesmal eigentlich ganz gut beieinander. Aber das ist der letzte große Akt. Und zwar werden wir über die relationale Algebra reden. Alles klar. Das werden wir auch gleich beginnen. Ich bin gestern bloß daran erinnert worden, dankenswerterweise, dass ich versprochen hatte und das bisher noch nicht eingelöst hatte, ein bisschen Rückmeldung zu geben zu eurer Rückmeldung, also zu der Lehrvolution, die ihr gemacht habt, für die ich mich nochmal herzlich bedanke, auch im Namen von Chris und den anderen Mitarbeitern in meinem Lehrstuhl, auch bei den anderen Lehrveranstaltungen hat das gut geklappt. Ich habe mir darum hier so einen Zettel mit Notizen gemacht, weil ich gestern mir nochmal Erinnerungen gerufen habe beim Durchsehen eures Feedbacks, was mir so aufgefallen ist. Und ein paar von den Notizen würde ich gerne hier vorsingen, sozusagen. Also kurz fünf Minuten darauf investieren. 94 von euch haben eine Rückmeldung gegeben oder uns Rückmeldung gegeben. Das sind 46,5 Prozent der Leute, die überhaupt aufgefordert haben, sich zu melden. Das ist ziemlich gut. Normalerweise liegen irgendwie ein Drittel der Teilnehmer so einer Vorlesung, wenn alles gut läuft, melden sich zurück. Jetzt waren es 46,5 Prozent. Nochmal umso mehr vielen Dank dafür. Ganz hervorragend. Ihr habt uns irgendwie verbales Feedback gegeben in Form dieser textuellen Rückmeldung. Das ist mit das wertvollste. Aber ihr habt natürlich auch Noten vergeben. Die könnte ich jetzt alle vorlesen, mache ich aber nicht. Es gibt so eine Durchschnittsgesamtnote, die uns gegeben hat. Ich gebe dieser Lehrveranstaltung die Gesamtnote Doppelpunkt. Da gehen wir mit einer 1,2 raus. Das ist die allerbeste Bewertung, die es zu irgendeiner Lehrveranstaltung am WSI in diesem Semester gibt. Irgendwo gab es, glaube ich, mal eine 1,0. Aber ich glaube, da ist noch nicht mal eine zwei Handvoll von Kommilitonen in so einem Spezialkurs befragt worden und so weiter. Das lasse ich einfach mal auf den Tisch fallen. Also herzlichen Dank dafür. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich, dass der Aufwand, den wir hier investieren, dass der euch in irgendeiner Form ankommt. Jedenfalls lese ich das aus dieser Gesamtnote raus. Das macht es dann doch irgendwie wert. Ganz hervorragend. Ihr habt was zu den Tutorien und zu den Übungen gesagt, bei denen der vor allem irgendwie Chris involviert ist. Da ist gut drüber gekommen, dass das Ganze in Präsenz stattfindet, aber leider ohne Aufzeichnung. Also ich öfter wurde gefragt, ich kann nicht verstehen, warum die Vorlesung aufgezeichnet wird, aber die Übung nicht. Ich kann zu Übungen nicht kommen, aus Gründen. Das liegt natürlich nicht daran, dass Chris das irgendwie technisch hinbekommen würde und die Kabel stecken könnte, sondern vor allem jetzt im zweiten Teil der Vorlesung, wo wir dazu übergegangen sind, auch aufgrund eures Feedbacks, vielen Dank dafür, mehr Lösungen zu Übungsaufgaben zu besprechen. Wird das bedeuten, wir würden Lösungen zu unseren Übungsaufgaben auf Video bannen, die dann irgendwie zum Download verfügbar machen und damit diesen Satz an Übungsaufgaben eigentlich potenziell entwerten. Wir sind uns bewusst darüber, dass auch hier sozusagen jetzt Lösungen, die ihr baut zu Übungsaufgaben in irgendwelchen Repositories landen und weitergegeben werden und so weiter. Aber wir können das nicht noch an der Stelle, das ist schon übel genug aus unserer Sicht und aus pädagogischer Sicht sowieso, aber das können wir irgendwie an der Stelle nicht noch irgendwie befördern oder befeuern sozusagen. Das ist eigentlich der Grund, warum auch in der FP-Vorlesung der Dennis Hirn sozusagen nicht irgendwie die Lösungen zu den Übungsaufgaben vorsingt. Ja, wir das Ganze auf Video dann auf YouTube hochladen oder meinetwegen auch nur temporär zugreifbar für euch machen auf Videos. Das würde in großem Stil wahrscheinlich irgendwie geteilt und archiviert werden und damit diesen Übungsbetrieb uns jeweils auf der grünen Wiese neu bauen lassen. Das ist etwas, was wir nicht leisten können sozusagen. Jetzt ist mit der DB1-Vorlesung, die Kritik muss ich mir gefallen lassen, ein bisschen anders, weil ich wie schon angedeutet habe im Laufe des Semesters wird das die letzte, der letzte Durchgang der DB1 sein, in der diese Folien vorgesungen werden mit den Themen in dieser Reihenfolge und in der Gewichtung und dem Fokus und dem Übungsbetrieb, der dazu gehört. Das letzte Mal, weil die DB1 in dieser Form jetzt glaube ich irgendwie acht Jahre alt ist oder so, ja, 2013, ja, neun, acht bis neun Jahre alt und ich merke, ich werde mit dem Material unzufrieden und das muss ausgetauscht werden. Bestimmte Dinge müssen rein, andere müssen raus, der Fokus muss anders sein, also werde ich die Folien wahrscheinlich für den nächsten Durchgang neu bauen. Die Übungen werden sich wahrscheinlich verändern und darum könnten wir wahrscheinlich in diesem Semester hätten wir sie auch irgendwie streamen können oder sowas, die Übungen haben wir nicht gemacht. Kritik nehmen wir an. Was gesagt wurde zu den Übungen ist, wow, es wäre besser, wenn ihr mehr für die Aufgaben von den ÜBs besprecht und nicht so sehr den Chris über, wie war das, Chris philosophiert so gern über SQL, steht hier irgendwie als, ja, und das ist teilweise nicht gut angekommen, oh, der hat keinen Plan, der kommt unvorbereitet, der macht mal ein bisschen hier, ein bisschen da und so weiter, wenn er das hören würde, er hat es gehört, dann trifft ihn das sehr, er bereitet sich auf jeden Fall vor, aber er hat nicht so einen klaren Plan von mir bekommen, und sagt, hey Chris, morgen ist Donnerstag, du machst das folgende, so ist es nicht gelaufen. Chris ist lange genug dabei, Chris macht jetzt irgendwie, der schreibt seine Diss auf und so weiter, das ist ein erfahrener Mitarbeiter, bei dem ich mich darauf verlasse, dass er bestimmte Dinge aus den Übungsblättern mehr erzählt, vielleicht mal irgendwelche Aspekte in den Vorlesungen, die ich einfach keine Zeit hatte und so weiter. Chris hat das auf seine Art gemacht, wenn das mal so ankommt, mal so ankommt, nicht so gut oder mal sehr gut, steht nämlich zum Beispiel auch, Chris nimmt sich richtig gemütlich Zeit zum Nachdenken über Queries, das finde ich super, so was steht dann auch da drin, das kommt also bei verschiedenen Kommilitonen verschieden gut an, sind wir uns bewusst, Chris weiß das inzwischen, er hat im zweiten Teil des Semesters, glaube ich, den Fokus mehr auf die Besprechung von Übungsaufgaben gelegt, das fanden dann einige von euch gut, einige fanden das dann schlecht, sagen, jetzt brauche ich nicht so eine Besprechung, die Tutoren geben mir doch schon textuell Feedback, da muss der Chris das nicht noch besprechen, schwierig allen recht zu machen, das ist so eine Gradwanderung, die wir da machen. Die Feedback-Dateien, die wir zu den Übis von den Hiwis machen lassen, die sind normalerweise ziemlich gut angekommen, sie seien verständlich, die Fehler werden erläutert, man kriegt damit einen echten Mehrwert und so weiter, das freut uns, weil die Hiwis auch eine Menge Arbeit reinstecken, klar, steht irgendwo mal in der Evaluation auch, wow, zu Übungsblatt 4 habe ich den und den Kommentar bekommen, mega unfair, weil und so weiter, logisch steht sowas da drin und das ist bestimmt auch hier und da mal mega unfair gewesen, ich hoffe, ihr habt das entsprechend zurückgemeldet und euch beschwert. Was kam noch zu den Übungen, Tutorien? Einmal statt hier Bewertungen ein bisschen kleinlich und dann kam ein Quote, den ich vorlesen muss, weil ich den nicht parsen kann. Bistel kulant, aber sonst gut. Also, seid härter oder ich weiß nicht, was das Wort kulant bedeutet oder ich habe irgendwie, ich weiß nicht, das kann ich sonst nicht parsen, in Anführungszeichen, steht bei mir in Fragezeichen, aber ich musste grinsen, als ich das gelesen habe. Also, wir versprechen, wir sind nicht mehr so kulant. Ein guter Vorschlag, der kam, war, hey, könnt ihr nicht die Tutoren durchtauschen? Gerade in diesen Zeiten gibt es eigentlich gar nicht so eine enge Tutoren-Studiker-Verbindung. Ja, was, oh, jetzt habe ich diese Woche diesen Tutor gehabt und jetzt habe ich diese Tutoren, das ist durchgetauscht worden, jetzt habe ich mich gerade mit dem oder mit der so gut zurechtgefunden und so weiter. So eine enge Bindung gibt es in diesen Semestern zur Zeit leider nicht. Man könnte doch aus Gründen der Fairness die Tutoren durchtauschen und so rollieren lassen, in Anführungszeichen. Finde ich eigentlich gar nicht so einen schlechten Vorschlag. In Info 1 haben wir das mal zelebriert oder Info 2 haben wir mal sozusagen an zwei, drei Punkten im Semester die Tutoren durchgetauscht und ich erinnere mich jetzt, dass das Feedback eigentlich generell ganz positiv dazu war. Oh, hat die Fairness irgendwie vergrößert? Und ich denke, das ist eine Anregung, die wir mitnehmen werden. So, okay, zur Vorlesung. Ich habe das hier mal in Daumen hoch und Daumen runter getrennt. Bei Daumen hoch stand, hey, ich finde es gut, wenn der Grust hier am Terminal mal eine Query selber zusammensteckt und so weiter. Das ist Gold wert, wenn ich nicht einfach Query-Text vor mir sehe, sondern wenn er Stück für Stück entwickelt wird oder wenigstück für Stück irgendwie ausgeführt wird und so weiter. Also lohnt es sich vielleicht ab und zu tatsächlich in Sublime Text zu wechseln und die Rappel anzuwerfen. Das freut mich. Hier steht auch, ich lese vor, zum Teil sind die Erklärungen und das Aufstellen der Queries von Professor Grust so smooth, dass man in den Vorlesungen denkt, yo, easy, habe ich verstanden, bis man beim Übungsblatt merkt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Okay, ich denke, das ist ein ganz normaler Effekt, dass wenn das hier in irgendeiner sinnvollen Art und Weise vorgesungen wird, dass man denkt, oh ja, klar, Haken, 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 dann bis man dann einmal das Konzept selber auf den Tisch packen muss und ausprobieren muss. Das ist, glaube ich, ein ganz normaler Effekt. Das ist der Übungseffekt gerade und das ist, glaube ich, as expected. Gut kam an, Antwortzeit im Forum, die wir versucht wieder einigermaßen niedrig zu halten. Ich weiß, über das Wochenende oder so dauert es dann irgendwie mal von einem Tag auf den nächsten. Aber freut mich, dass ihr das honoriert. Ihr seid gerne in dieser Vorlesung, also hier in Präsenz. Die Atmosphäre wäre gut, man würde sich wohlfühlen, das kommt aber nur daher, weil ich mich auch wohlfühle. Ich komme hier gerne rein, diese Montags- und Dienstagstermine gehören zu den Highlights meiner Woche. Ich bin gerne hier und, na gut, ich weine jetzt nicht gerade, wenn 13.50 Uhr ist und ich rausgehen kann, sozusagen, aber ich fühle mich einfach wohl hier. Wenn ihr euch auch wohlfühlt, fühlen wir uns alle wohl, das ist so schön. Okay, man merkt, dass sich irgendwie didaktische Gedanken gemacht werden beim Aufbau der Folien, Dinge, die erzählt werden oder nicht erzählt werden oder wenn Dinge vielleicht dreimal erzählt werden, einige sich langweilen, einige denken, erst beim dritten Mal hat es geschnackelt. Okay, freut mich, dass das wahrgenommen wird, dass wir nicht das Material irgendwie rauskotzen, sondern in irgendeiner Weise auch irgendwie sinnvoll sortieren und hierarchisch darstellen. GitHub hat euch gefallen. Klar gibt es irgendwelche Leute, die sagen, boah, Git nie in die Hand genommen und so weiter. Das war eine steile Lernkurve, aber am Ende ist das, also was ich, 90% das Feedback zu Git ist super. Am besten jetzt in jeder Vorlesung so und so weiter. Schauen wir mal. Das liegt natürlich bei den Kolleginnen und Kollegen. Das Vorlesungsmaterial kam bei einigen von euch sehr gut an. Irgendwie, oh, das Layout gefällt mir und der Mischung aus Theorie und Praxis, was auch immer gemeint ist, auf den Folien gefällt mir. Bei Vorlesungen negativ habe ich, hey, groß Folien überarbeiten, es ist Zeit. Und das würde mir normalerweise wehtun, aber hier im Kontext der DB1 sage ich, ja, ist korrekt. Die Vorlesungen gehören überarbeitet, die Vorlesung gehört umstrukturiert, kommt. Das ist die DB1 das letzte Mal in dieser Form. Alles da. Gut kam aber einigen an die Lego Datenbank, dieser Use Case. Ich fand das auch gut, sonst hätte ich die ganze Vorlesung nicht drum herum strukturiert. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz so bewusst, ob es gut ist, so ein semesterlanges Running Example zu bauen oder ob das nicht irgendwie einem nach zwei Monaten hier steht, sozusagen. Dazu bräuchte ich Feedback für euch, ob es hilft, sich an so einem semesterlangen Running Example mit bekannten Tabellen, die immer mal wieder auftauchen, auch jetzt auf den nächsten Folien, kann ich euch nicht ersparen, kommen Sie hundertprozentig wieder vor, diese Lego Datenbank durchzuziehen oder ob es einfach besser wäre, was ich, ja, in jeder Vorlesung oder in jeder Woche ein anderes, größeres Running Example zu nehmen und daraus irgendwie die Beispiele zu generieren. Dazu bräuchte ich Feedback von euch. Ja, das muss jetzt vielleicht nicht jetzt gerade sein, aber vielleicht kann mir jemand was ins Forum schreiben oder irgendwie ins Ohr säuseln oder sowas. Da bin ich sehr, sehr offen. Jetzt am besten dieses Feedback bekommen, bevor ich die neue DB1 irgendwie aufsetze oder bevor ich Material für irgendeine andere Vorlesung irgendwie aufsetze. Ich bin eigentlich Freund von Running Example, so bauen wir auch unsere Forschungspapers auf und so weiter, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwann totläuft. Und wer Lego nicht mag, der hat sowieso Pech gehabt in dieser Vorlesung. Und da Vorlesungen negativ steht, keine Star Wars Referenzen in dieser Vorlesung. Wenn ich in allen Vorlesungen mit diesen Star Wars Referenzen bekommen würde, sozusagen, dann wird es mir wahrscheinlich auch zu viel werden. Schauen wir mal. Ja, la la la. Die Hybridform hier teilweise in Präsenz, aber auch mit den Aufnahmen der Videos hat euch gefallen, auch wenn unter Vorlesungen negativ steht. Wow, einige von den Videos sind ja technisch daneben gegangen, da hat irgendwie die Skalierung nicht gestimmt und ich musste zu weit in das Video reinzoomen, um irgendwas lesen zu können. Das war schade. Das tut mir natürlich auch weh. Ich glaube, das ist jetzt immer weniger geworden im zweiten Teil des Semesters. Ich musste meinen OBS-Config immer mehr optimieren und mir mal optimieren. Ab und zu hat mir das Mikro dazwischen gefunkt. bin ich schuldlos sozusagen. Ab und zu dieses Funk-Mikro fängt sich erst nach 10 bis 12 Minuten, um dann irgendwie eine echte Synchronisation aufzubauen. Da habe ich keinen Button gedrückt oder vergessen zu drücken oder zu viel gedrückt und so weiter. Weiß der Teufel, was da passiert. Das tut mir leid, wenn einige von den YouTube-Videos technisch irgendwie nicht so sauber rübergekommen sind, wie sie sein sollten. Ich glaube, das wird mit der Zeit nur besser werden. Okay. Hier stand, findet diese Vorlesung, also unter Positiv, diese Vorlesung findet in Präsenz statt, ob, nee, Quatsch, nein, sorry, ich muss das richtig vorlesen, findet in Präsenz statt, obwohl es eine Vorlesung ist. Das, ja, darum kann man grinsen und so weiter, aber eigentlich finde ich den Satz fast traurig, wenn ich ehrlich bin, weil das der Default war. Das war der Default, das war das ganz klare noch, hey, Vorlesung, sauber, ich gehe in den Hörsaal, dann höre ich mir das an, wenn ich dazu Zeit und Lust habe und so weiter. Das ist spitze und jetzt ist es, hat sich das in den letzten zwei Jahren anscheinend auf den Kopf gestellt. Das Ganze ist upside down und so weiter. Warum ist eine Vorlesung? Oh, Mist, Zoom. Was? Nee, doch, doch, Hörsaal? Yeah. So hat es sich inzwischen irgendwie umgedreht und ich hoffe, dass wir das bald ad acta legen können, sozusagen. Darum fand ich, über diesen Kommentar bin ich echt gestolpert, weil er mich, ja, traurig macht, naja, also, aber nachdenklich macht. Die Umsetzung des Hygienekonzepts hat euch gefallen. Das geht natürlich, das ist natürlich alles bei Chris, sozusagen, der fette Haken. Vielen Dank dafür. Danke für die 2G-Kontrollen, haben sich einige von euch bedankt. Chris kommt jedes Mal hier mit her, geschleift, obwohl er irgendwie eigentlich am Sand schön in seinem wahren Büro sitzen könnte. Klar geht er jetzt noch irgendwie in die Mensa und so weiter, er ist ja nicht doof, aber das ist schon ein ziemlicher Aufwand auf seiner Seite, der alleine Initiativ von ihm kam, sozusagen, und dafür kann ich mich nur bedanken bei ihm. Jetzt kommen wir in den negativen Teil und dann, ich habe ja ein bisschen was da schon vorgelesen, zum Beispiel zu der Mensa, Zeitraum 12 bis 14, das geht überhaupt gar nicht, man kann nicht in die Mensa gehen und das dreimal die Woche. Ihr könnt euch denken, dass ich mir diesen Termin nicht ausgewählt habe. Jetzt, wenn ich hier in den, der ist mir zugeteilt worden, das war der einzige Slot, der irgendwie einen Raum von dieser Größe irgendwie uns zuteilen konnte. Jetzt, das wisst ihr, das weiß ich, wenn wir jetzt in die Hörsäle gucken, die sind eigentlich quasi alle empty. Jetzt in der Zwischenzeit hätten wir das irgendwie wahrscheinlich schieben können und den 10 bis 12 Slot schieben können, aber ihr seid noch genug Leute, die hier auflaufen, dass, wenn ich das gemacht hätte, dass mir ohne Ende Feedback bekommen wäre, so nach dem Motto, wow, das kannst du einfach machen im Laufe des Semesters hier, Moving Target, die Termine umschieben, jetzt kollidiert das mit dem und kollidiert mit dem, das geht gar nicht. Darum sitzen wir jetzt mit diesem 12 bis 14 Termin hier und dem entsprechenden Loch im Bauch. Das tut mir leid. Okay, was war hier noch? Unter aller Sau war ein RumbleDB, viel zu kompliziert aufzusetzen und dafür dann eigentlich nicht genug eingesetzt in der Vorlesung und so weiter. Dass das so komplett kompliziert aufzusetzen war, das ist mir bewusst, ist auch schade. Ich bin mit dem Auto von RumbleDB, übrigens eine Person, eine Person aus der Schweiz, im engen Kontakt und der hat gedreht und gemacht und gedreht und gemacht und wir haben es aber einfach nicht einfacher hinbekommen. Das ist ja auch keine Software für die Vorlesung DB1, sondern hat eine allgemeine Distribution. Dass das kompliziert war, ist mir bewusst. In einer neuen Version von DB1 würde kein RumbleDB immer vorkommen. Das heißt nicht, dass nicht JSON vorkommen würde, aber wir würden wahrscheinlich mit der JSON-Funktionität, die in PostSQL inherent drin ist, irgendwie arbeiten und dann wäre das an der Stelle eine Kante, die abgefeilt wäre. Die neue DB1 wäre sowieso so. Wir würden andere Datenmodelle, was weiß ich, textbasiert oder baumbasiert oder JSON-basiert. Wir würden die schon besprechen, aber ich würde die alle aus dem Fokus des relationalen Systems, in diesem Fall PostSQL, besprechen. Wie kann man Bäume in PostQL darstellen? Wie kann man JSON, wie kann man Text in PostQL darstellen und die entsprechenden Werkzeuge des DBMS an der Stelle einsetzen, um so eine schöne Mischung aus relationalen und meinetwegen baumbasierten Daten herzustellen. Das wäre wahrscheinlich die neue DB1. Ich würde nicht irgendwie Systeme aufsammeln auf der Straße und extra Systeme dafür irgendwie heranschaffen. Okay, wer Pickel nicht mag oder dieses PICE-Modul, das wir gebaut haben, für den habe ich schlechte Neuigkeiten. Das hat seinen großen Auftritt jetzt in diesem Kapitel. Okay, was kam noch so zu den Folien? Hey, mehr Code zeigen, also es hat beim Textmäßig und so weiter, noch mehr Code zeigen, weniger Folien. Die Folien bringen mir echt wenig. Immer wenn du Code-Examples diskutierst, dann wird es spannend und konkret und so weiter. Das mag zwar stimmen, aber irgendwie so eine Perlenkette an Code-Examples ergibt irgendwie noch keinen didaktischen Rahmen oder irgendwie einen thematischen Rahmen, in dem wir uns bewegen könnten. Okay. Andere sagen, mehr Code auf die Folien. Okay. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich glaube, der ist besser aufbewahrt in extra Files. Was ich besser machen würde, ist die Files an die Vorlesungsfolien binden. Also stärker auf den Folien irgendwie vermerken, hey, was hier gerade besprochen wird, findet ihr im File-Fu.SQL. Das kann man manchmal hier vielleicht nur durch eure handschriftlichen Notizen zusätzlich ergänzen. Das würde sich in den Folien selber wahrscheinlich wiederfinden. Dann kommen die typischen Dinge, ein bisschen zu einfach. Nächste Zeile, ein bisschen zu schnell. Ja, also alles. Ich schätze mal, wenn man die alle irgendwie mischt und das Durchschnitt bildet, dann steht da, ja, geht so vom Tempo her, ist eigentlich gerade richtig. Und dann kam ein Kommentar, la la la. Die Vorlesung selbst ist zwar sehr gut gehalten, aber aus Info 1 kenne ich schon Kritikpunkte. Doppelpunkt. Meiner Meinung nach, okay, meiner Meinung nach ist die Klausur deutlich schwieriger als die Übungsaufgaben, die wir bearbeiten. Also vielleicht wird jetzt von der Info 1 Klausur geredet, weil die DB 1 Klausur, die kennt diese Kollegin, der Kollege ja noch nicht. Also die Klausur ist deutlich schwieriger als die Übungsaufgaben, die wir bearbeiten oder die Beispiele, die wir in der Vorlesung machen. Es ist zwar schön, dass die Vorlesung sehr gut gehalten ist, nutzt aber nichts, wenn am Ende doch die Note das relevanteste ist. Das war in Info 1 schon so und in DB bekomme ich sehr viele Flashbacks davon. Okay, wichtiges Feedback, habe ich schon öfter bekommen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Übungsbetrieb und den Dingen, die wir hier machen und der Klausur. Ich kann euch sagen, dass als ich noch ein Jungspund war, also so klein wie der Tresen hier, ein junger Prof war, sozusagen waren meine Klausuren hammer, super saumäßig, super schwer. Das war dann auch noch vor der Zeit in Tübingen, das war in München, in Klaustal so. Es ist also schon, wir haben schon gelernt und bauen die Rampe zu den Klausuren schon deutlich smoother. Die wird in DB 1 bestimmt nicht weniger smooth werden. Wir werden das im Auge behalten. Okay, und jetzt als Letztes, bei Professor Grust hatte ich meine erste Vorlesung in Klammern Info 1 und nun auch meine letzte Vorlesung, was dieser Vorlesung einen gewissen nostalgischen Touch verleiht. Das freut mich, sozusagen. Und das wären die Beobachtungen, die ich gemacht habe aus der Lehr-Evaluation. Also eine Menge an Dingen, die wir daraus lernen können, sozusagen. Nochmal einen herzlichen Dank an euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um uns doch sehr gut zu bewerten und uns auch in den Hintern zu treten, wo es passt. Danke dafür. Alles klar. So. Okay. Okay. Noch irgendwas zur Lehr-Evaluation? Wir bleiben ja unter uns. Das wird nur auf YouTube gepostet. Okay. Alles klar. Ansonsten, jederzeit direkt einen Kanal zu mir suchen, zu Chris, im Forum vielleicht, wenn es alle irgendwie angeht, jeder so. Wisst ihr ja. Okay. Relationale Algebra. Okay. Also das ist eine Query-Sprache, die dieses gesamte Kapitel hier irgendwie bestimmen wird. Wir kennen eine Query-Sprache für das relationale Modell, das ist SQL. Aber die originäre, originale Query-Sprache, die Edgar F. Cott 1970 für das relationale Modell entworfen hat, war nicht SQL. SQL kam später. Edgar F. Cott hat ohne Ende zu meckern oder hatte zu meckern. RIP. Hatte zu meckern an dem Entwurf von SQL. Ich hatte mal von dem Third Manifesto geredet, wo andere relationale Query-Sprachen gebaut wurden, die dann mehr nach dem Gusto von Edgar F. Cott gewesen wären. Aber seine Query-Sprache, das ist die relationale Algebra, die hat er extra dafür entworfen. Okay. Ist eine sehr, sehr einfache Query-Sprache, die besteht nämlich nur aus fünf grundlegenden Operatoren. Wenn wir uns die alle reinpfeifen und die in gewissen Weisen zusammenstöpseln und zusammenstecken, können wir eigentlich alle relationalen Queries irgendwie ausdrücken. Okay. Das ist doch ein übersichtlicher Kasten an Werkzeug, den wir uns an der Stelle irgendwie aneignen können. Und die ganze Ausdrucksstärke, die ganze Kraft der relationalen Algebra kommt daher, dass wir diese fünf grundlegenden Werkzeuge in beliebiger Art und Weise, nicht in beliebiger Art und Weise, aber auch bestimmte Regeln kombinieren können und komplexere Queries irgendwie zu konstruieren. Ganz hervorragend. Ja. Man kann, wie wir nachher auch sehen werden, diese relationale Algebra so, wie soll ich sagen, um Operatoren noch erweitern und zu diesen fünf irgendwie noch welche oben drauf packen. Am Ende haben wir dann, glaube ich, irgendwie zweimal fünf in der Hand, wenn ich irgendwie die Folien bis zum Ende irgendwie durchblättern würde. Das ist aber Augenwischerei. Diese zweiten fünf, die wir oben auf die Basic-Fünf oben drauf packen, sind wie Makros sozusagen, die sich auch mit diesem Basic-Five hätten ausdrücken lassen. Okay. Wir führen diese erweiterten Operatoren nachher nur ein, weil sie uns irgendwie Muster, die man immer wieder sieht, ach guck mal, der Operator und dann der und der und zwar genau in dieser Sequenz, das kommt immer wieder vor, das ziehen wir zusammen zu einem Relationen-Algebra-Makro und dann entsteht daraus ein neuer Operator, der kriegt sogar ein neues Symbol. Und das sieht dann aus, als ob es ein neuer Operator ist. In Wirklichkeit sind das aber nur Zusammenstellungen der fünf Grundlegenden. Okay. Trotzdem ist Relationale Algebra ausdrucksstark. Alle Queries, die wir hier in SQL irgendwie so gebaut haben, alle DML-Queries, ich rede jetzt also von Select from where, von diesem Stück, von diesem Teil von SQL, nicht von Insert, Update, Delete. Darüber spricht die Relationale Algebra nicht. Relationale Algebra ist eine Read-Only-Sprache, die liest Tabellen und konstruiert uns neue Tabellen, die uns als Ergebnis irgendwie anzeigen lassen können. Da werden keine Tupel geändert oder sowas. Insert, Update, Delete. Okay. Also alle SQL-Queries, die wir bisher so formuliert hätten, hätten wir auch in Relationale Algebra formulieren können. Ja. Wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man, oh, da hätt's aber Order by und Group by weglassen müssen. Okay. Das ist nämlich in diesen fünf grundlegenden Operatoren von Edgar F.Cod irgendwie nicht vorgesehen gewesen. Okay. Also es gibt keine Ordnung, die wir herstellen können mit Order by. Wir sind immer nur auf Mengen von Tupeln unterwegs, gleich wie ihr sehen werdet. Okay. Und auch sowas wie Gruppierung und Aggregation, das fehlte in dem Entwurf von Edgar F.Cod. Das werden wir jetzt hier an der Stelle in der Vorlesung auch gar nicht hinzufügen. Ja. Es gibt aber Erweiterungen der Relationale Algebra. Da kommt dann ein einziger Operator oben drauf, der sechste sozusagen. Dann hat man auch Gruppierung Aggregation an der Hand. Okay. Also daran soll es an einer Stelle nicht scheitern. Alles klar. Das ist, weil Relationale Algebra die Original-Queriesprache für das Relationale Modell ist, aus den 1970er, ist sie auch, aus den 70er Jahren, ist sie auch der Maßstab geworden. Der Maßstab für die Ausdruckskraft. Eine Queriesprache über Tabellen, über dem Relationale Modell, die so ausdrucksstark ist wie die Relationale Algebra, mit der ich die gleichen Queries und die gleiche Funktionalität implementieren kann. Die nennt man auch relational vollständig oder Relationally Complete. Okay. Also die RA setzt hier den Standard. SQL ist Relationally Complete. Hat ja sogar noch irgendwie mehr Order-Buy und Group-Buy und was weiß ich irgendwie oben drauf. Rekursion. Ist sogar Turing-Complete in dieser Hinsicht. Das auf jeden Fall. Aber das ist der Maßstab sozusagen. Wenn jemand ankommt und sagt euch, guck mal, ich habe eine neue Queriesprache für das Relationale Modell gebaut, dann würde man sagen, okay, ist die auch relational vollständig? Dann würde man sagen, ja oder nein, aus folgendem Grund und so. Das wäre dein Maßstab hier an der Stelle. Tatsächlich so wichtig ist die Relationale Algebra. Und wieder der Spruch hier. Wir werden jetzt gleich eine Query Language, dieses Relationale Algebra untersuchen. Aber nach dem Motto, schalt doch PostgreSQL mal in den RA-Modus, sodass wir Relationale Algebra-Queries eingeben können direkt oder sowas. Sowas wird es nicht geben. Gibt es nicht für PostgreSQL, gibt es nicht für DB2, SQL Server und nichts. Ich kann keine Relationale Algebra-Pläne direkt auf der Maschine irgendwie auswerten. Das ist keine User-Facing Query Language. Also eine, die man einem Benutzer irgendwie zumuten würde oder sowas. Das Ding ist normalerweise eine interne, für die interne Repräsentation von Queries. Da findet das in so gut wie allen Systemen zum Einsatz. Es gibt ein Kommando, das Explain-Kommando, das wir jetzt ab und zu mal schon bei der Durchforstung von SQL hier eingesetzt haben. Das kehrt diese inneren Dinge nach außen. Und was uns Explain anzeigt, ist tatsächlich eine Variante der Relationale Algebra. Werden wir jetzt auf diesen Folien immer mal wieder sehen. Und wenn ihr die Vorlesung DB2 besucht, dann werdet ihr Relationale Algebra an allen Ecken und Enden immer wieder sehen. Klar, weil sich DB2 um die Internas, auch die Internas von Queries und der Query-Auswertung irgendwie kümmert. Dann kommt auf einmal die Relationale Algebra direkt mitten auf den Tisch. Okay. Was ich hier mitgebracht habe, ist aber unser DB1-Python-Modul. Okay. Und in dem DB1-Python-Modul befinden sich, Funktionalität befinden sich eigentlich Implementationen der fünf Basic Operators sogar, der fünf hier noch oben drauf packen wollen. Das heißt, wir können in Python, in Python-Editor, können wir eigentlich Relationale Algebra Queries einfach direkt hinschreiben und auch auswerten lassen. Okay. Das ist super. Es gibt auch webbasierte, webbasierte Editoren, mit dem man so eine Relationale Algebra Querie einfach in so ein Textfeld einhacken kann und dann über gegebenen Beispieldaten oder seinen eigenen Daten auch auswerten kann. Das Ganze muss also hier keine Trockenübung bleiben. Wir können die Queries entweder in Python, mache ich hier laufend oder auch webbasiert, mache ich mindestens einmal heute sozusagen, auch selber zur Ausführung bringen. Okay. Und damit simulieren, was eigentlich intern in so einem System passiert. Sich mit der Relationale Algebra auszukennen und so hat einen echten Vorteil, auch wenn man selber nachher in dem professionellen Leben nur SQL schreibt. Das ist so, als wenn ihr, was plus plus C, was weiß ich, Swift-Java-Programme und so weiter, dass C nachher hinter den Kulissen über verschiedene Stufen auf Maschinencode abgebildet wird. Das ist zwar interessant, aber nicht so besonders relevant, wenn ich ein C-Programm schreibe. Aber es gibt Situationen, es gibt Situationen, in der ich entweder gezwungen werde, mal kurz, zeitweilig, temporär, lokal die Ebene von C zu verlassen und dann Assemblycode zu schreiben. Okay. Dann macht es auf einmal Sinn, den Assemblycode zu verstehen. Oder sich den Output, den Output des Compilers mal anzuschauen, um zu verstehen, hey, Funktion F. Warum fliegst du nicht? Was ist da für Maschinencode geschrieben worden? Warum ist das Ding so langsam? Genauso die gleiche Rolle hat Relationale Algebra hier auch. Wenn ihr SQL richtig in earnest einsetzt, richtig in der Praxis einsetzt, werdet ihr kurz oder lang auf Queries stoßen und überdenkt, meine Güte, das Ding dauert 30 Sekunden, wenn ich Glück habe. Oder 5 Minuten 30 Sekunden. Warum? Dann guckt man sich den Plan an, guckt sich die interne Repräsentation, sorry, der Querie, den Relationale Algebra Ausdruck. Wenn man den lesen kann, kann man auch verstehen, wo vielleicht die Zeit verbrannt wird. Okay. Ja, die Relationale Algebra ist tatsächlich eine Algebra im mathematischen Sinne. Wenn so ein Mathematiker über eine Algebra spricht, dann spricht er normalerweise erstmal über eine Menge von Dingen, die mit der Algebra manipuliert werden können. Den sogenannten Carrier oder den Träger, die Trägermenge. Okay. Also, was weiß ich, wenn ich über die natürlichen Zahlen angucke, dann könnte das tatsächlich die Trägermenge sein. Alle natürlichen Zahlen machen den Carrier aus, die Elemente, die manipuliert werden können. Und dann brauche ich noch eine Menge von Operatoren, die ich benutzen kann, um die Elemente in dem Träger zu manipulieren. Was weiß ich, Addition und Multiplikation zum Beispiel. Das könnte irgendwie zwei Operatoren sein, die über die Trägermenge der natürlichen Zahlen irgendwie operieren und definiert sind. Und genau das ist das, was hier als Beispiel angegeben wird. Ich gebe mir den Träger, diesen Carrier, eine Menge von Elementen, die ich manipulieren kann und ein paar Operationen, die auf dieser Menge von Elementen implementiert sind. Wenn ich das Beispiel angucke, ist das da der Träger. Okay, die natürlichen Zahlen. Das sind meine beiden Operatoren. Sind beides binäre Operatoren oder beide haben die Stelligkeit 2. Okay. Ja, das ist im Fall der relationalen Algebra nicht anders. Bloß, dass der Träger hier nicht die natürlichen Zahlen sind, sondern es sind die Relationen, die Tabellen. Also die Menge aller endlichen Relationen. Alle Tabellen, die wir in einem relationalen System speichern können, sind endlich. Nach dem Motto, hier zeige ich dir die ersten 10 Tupel, Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt kommen noch unendlich viele. Gibt es nicht. Alle Relationen, die wir irgendwie in so einem RDMS speichern, sind endlich. Okay. Und alle möglichen Relationen, mit allen möglichen Breiten, mit allen möglichen Typen, die in den Spalten definiert sind, mit allen möglichen, mit allen möglichen Anzahl von Zeilen, die man sich so denken kann, die befinden sich in der Trägermenge. Alle möglichen endlichen Relationen, die ich irgendwie mit einem RDMS speichern oder manipulieren kann. Das ist der Träger. Okay. Ja, und dann brauche ich noch Operationen. Aber darüber hatten wir schon auf der letzten Folie gesprochen. Das sind die fünf Operationen, die ich da noch brauche. Die ich auf diesen endlichen Relationen irgendwie anwenden kann, um neue endliche Relationen zu berechnen. Genau wie im Fall der natürlichen Zahlen. Du gibst mir zwei natürliche Zahlen, dazwischen die Multiplikation kommt eine neue natürliche Zahl raus. Okay. Hier auch. Du gibst mir eine endliche Relation, so eine Tabelle aus meiner Datenbank, wendest einen relationalen Operator darauf an, einer von den fünf, ja, kommt eine neue Relation raus. Genauso sieht es hier an der Stelle auch aus. Hier sind übrigens die fünf Operatoren. Selection, Projection, okay. Hier, Sigma und Pi, kathetisches Produkt, Kreuzprodukt, Union und Set Difference. Ja, sorry. Wenigstens die letzten drei kennt, oh mein Güte. Die letzten drei kennt jeder. Kein Thema. Was die hier machen, ja, das werden wir gleich noch besprechen. Das hier, die gerade gehighlighteten, Selection und Projection, das sind übrigens die, das sind unnäre Operatoren. Die konsumieren jeweils eine Relation und bauen uns eine neue. Offensichtlich kathetisches Produkt, Union, Difference sind binäre Operatoren, die zwei Relationen konsumieren und eine neu bauen. Übrigens machen Union und Difference und kathetisches Produkt hier genau das gleiche, wie ihr sie sonst irgendwie, was weiß ich, wenn ich euch nachts um drei wecke oder irgendwie nach dem fünften Weizen mir frage, was macht kathetisches Produkt, kann das hier jeder sagen. In der relationalen Algebra ist das hier irgendwie nicht anders. Das ist kein spezielles Etka-Efkot- kathetisches Produkt, das ist genau das kathetische Produkt, Punkt. Okay, ganz hervorragend. Ihr seht schon, wie die Benennung hier, das ist die Benennung von Operatoren, die jeden APLer glücklich machen würden. Auf einmal haben wir also so eine Kultur, die Operatoren in der relationalen Algebra mit solchen Symbolen zu benennen. In unseren Python-Programmen werden wir leider Select statt Sigma oder Project statt Pi schreiben müssen. Aber normalerweise ist es Kultur in der relationalen Algebra, alle Operatoren mit so sehr gut ausmachbaren einzelnen Symbolen zu kennzeichnen und nicht mit langen Operatornamen. Auch wenn wir nachher noch die fünf Operatoren oben auf diese fünf Basic Operators oben draufladen, dann werden wir uns einfach neue Symbole aussuchen müssen. Aber wer so T-Shirts mit blauer Schrift drauf trägt, wo was weiß ich, lauter Glyphs drauf sind, die keiner irgendwie parsen kann und so weiter, dem macht das keine Angst. Euch hoffentlich auch nicht. Okay, alles klar. Also das ist die Syntax, die wir da benutzen werden, diese komischen Operatorsymbole. Ja, und was ich gerade schon gesagt habe, gibt mir zwei natürliche Zahlen. Multiplikation, das gibt mir wieder eine natürliche Zahl oder gibt mir eine Relation. Wende Projection drauf an, das gibt mir wieder eine Relation. Ich lande also wieder nach der Anwendungsoperation im Träger drin. Das nennt man auch, dass so eine Algebra irgendwie geschlossen ist oder Closure. Und das gibt mir die Möglichkeit, sehr komplexe Queries durch die hintereinander Anwendung von einzelnen Operatoren auszudrücken. Denn jede Anwendung eines Operators landet wieder in einem Element der Trägermenge und darauf kann ich wieder einen anderen Operator anwenden, der wieder ein Element aus der Trägermenge generiert. Darauf brauche ich wieder neuen Operator oben drauf. Das gibt so einen Stapel, so einen Stack, so einen Baum an Operatoren, die ich aufbauen kann. Und keine von den Operatoranwendungen führt mich jemals aus dem Träger raus. Dann kann ich beliebig komplexe große Ausdrücke irgendwie aufbauen. Ja, lass uns mal den S-Operator angucken hier. Die Selection oder Sigma. Selection mit S, Sigma mit S, das ist die Eselbrücke, über die man da gehen kann. Okay, also das ist ein unnäherer Operator, der genau eine Relation konsumiert und zusätzlich hier noch so einen Parameter in eckigen Klammern braucht. Also, wir reden normalerweise nicht vom Sigma-Operator, sondern von Sigma P. Und das P da, das ist ein Prädikat, also eine butsche Funktion. Wir werden sehen, das ist eine butsche Funktion, die ein Tuple irgendwie sich greift und das auf True oder False abbildet. Okay. Und ihr seht schon, was passiert. Wir werden einfach die Teilmenge, die Teilmenge der Rows, der Tuple, die aus der einströmenden Relation R, habe ich sie genannt, irgendwie produziert werden. Und werden nur die behalten, für die das Prädikat P True rauswirft. Alle anderen fliegen raus. Sigma Selection berechnet also eine Teilmenge der Input Relation, der Input-Tabelle. Okay. Also hier habe ich mal so eine Input-Tabelle R mitgebracht. Bevor jetzt also die Selection ihren Job tut, hat das Ding drei Spalten und drei Zeilen. Okay. Und das untere hier, ich ziehe es mal kurz vor, sagt, an dem Schema, an den drei Zeilen, dass die ABC heißen und so weiter, ändert sich durch die Selektion rein gar nichts. Die Selektion, die Sigma-Operator ist schemaerhaltend. Die Relation ABC rein, kommt auch am Ende eine Relation ABC raus. Die ist vielleicht leer oder was weiß ich. Vielleicht ist das Prädikat P sehr picky, sehr selektiv gewesen, hat viele Rows rausgeschmissen, aber das Schema ändert sich nicht. Okay. Also wenn das hier mein Selektions-Operator ist, mit dem Prädikat A gleich 1, dann werden hier, wenn das mein Input ist, nur diese ersten beiden Zeilen überleben. Okay. Diese Prädikate können verschiedene Formen annehmen. Hauptsache, es wird nachher ein Boolean berechnet, sodass Sigma seine Entscheidung treffen kann. Du bist drin, du bist nicht drin. Wenn die Spalte, über die ich hier eine Entscheidung machen will, wenn die selbst schon bulge ist, wie die B-Spalte, dann kann mein Prädikat tatsächlich so einfach aussehen. Ich nehme mir einfach den B-Wert und entscheide danach, wer denn hier ins Ergebnis kommt. Das sind wieder die beiden, zufälligerweise. Was kommt hier raus? R selbst, A gleich A, trivial, immer true. Jedes Tupel wird irgendwie nach dem Prädikat A gleich A bewertet. Ist 1 gleich 1? Ja, ist 1 gleich 1? Ja, ist 2 gleich 2? Ja. Alle Tupel rauschen durch. Das ist die Identität quasi auf der letzten R. Der da? Ergebnis? Leere Tabelle mit Schema A, B, C. Leere Tabelle, Schema A, B, C. Aber kein Tupel kann sich gegen das Prädikat C größer als 20, auch das erste nicht, behaupten. Der da? Ja, darum steht das Ausrufezeichen da. Das gibt irgendwie, man würde hoffen, ein Compile-Time-Error schon nach dem Motto. Ich bin irgendwie der Algebra-Interpreter oder die Engine und schaue, Mensch, was kommt denn da für eine Input-Relation rein? A, R mit Schema A, B, C. Das Prädikat bezieht sich auf eine Spalte D. Habe ich nicht, kann ich überhaupt nicht auswerten an der Stelle. Das würde, bevor es zur Query-Auswertung kommt, schon zu einem Fehler, wenn wir sowas führen. Okay, wir müssen also bei der Formulierung der Prädikate uns bewusst sein, wie sieht das Schema der Input-Relation aus? Alles klar, das war das. Jetzt kann man sich noch fragen, was in diesem Prädikaten P denn so drinstehen darf. Offensichtlich so einfache Referenzen auf Spaltennamen, B, C, A, oder Vergleiche mit irgendwelchen Literalen, C größer 20, die sind offensichtlich drin. Was ist denn noch? So drin. Okay. Und hier oben stehen ein paar Sätze dazu. Das Prädikat P ist für jedes Tupel, das mir die Relation R, die Input-Relation, irgendwie die Hand geben kann, für jedes Tupel der Relation R wird das Prädikat P separat, individuell ausgewertet. Wenn das Prädikat P ausgewertet wird, sieht es nur den Kontext des aktuellen, gerade einzigen Tupels. P hat kein Memory, was denn schon alles für Tupel irgendwie so durchgerauscht sind. Darum ist es völlig unmöglich für in dem Prädikat P sowas wie A ist gleich Max A oder sowas. Also ich suche irgendwie den maximalen A-Wert oder irgendwie sowas. Könnte das Prädikat P niemals auswerten, um sowas wie so ein Aggregat Max oder sowas bewerten zu können, bräuchte ich ein Memory und müsste wissen, was sind denn schon für A-Werte so irgendwie durchgelaufen und so weiter. Gibt es nicht. Das Prädikat P hat den Fokus immer auf eine einzelne Zeile. Okay. Was darum auch nicht geht, ich komme auf das obere hier gleich noch sozusagen, ist irgendwie so Existenz- oder Allquantoren oder sowas. Suchen wir mal alle Tupel raus, deren A für die gilt, dass das A größer als alle B-Werte ist oder irgendwie sowas. Die Auswertung so eines Existenz- oder Allquantors würde immer bedingen, dass ich irgendwie auf die Gesamtheit aller Tupel der Inputrelationen schauen kann, um diesen Quanto irgendwie korrekt zu bewerten. Für alle Tupel gilt oder es gibt mindestens ein Tupel, so das und so weiter. Das geht nicht. Ich kann das Prädikat P immer noch das aktuelle Tupel in einer Form anwenden. Wenn das alles nicht geht, dann kann man sich fragen, was geht? Ja, die Dinge, die hier aufgelistet sind. So einfache Literale wie die 20 oder True oder ein String oder irgendwie sowas, das darf durchaus in den Prädikaten vorkommen. Die darf man dann mit arithmetischen Operatoren, mit Vergleichsoperatoren oder auch hier mit diesen Buhlschen Quantoren, die darf man dann miteinander verbinden. Und ich darf mich natürlich, das ist das Wichtige, ich darf mich natürlich auf die Spaltenwerte des Tupels, das ich gerade anschaue, beziehen. Das ist das A, B, C, D, das ich irgendwie gerade in der vorigen Slide als Beispiel hatte. Also könnte ich natürlich auch Vergleiche herstellen zwischen dem A-Wert und dem B-Wert oder dem A-Wert und einem Literal und so weiter. All das ist möglich. Ich könnte auch komplexere Prädikate aufbauen, wenn ich solche Buhlschen Operatoren hier aufbaue. A ist gleich B oder C ist größer 20 oder sowas. Das wäre alles in Ordnung. Kann ich auswerten, während nur das eine Tuple an mir vorbeirauscht. Das geht. Alles klar. Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, wenn das hier die Notation in der Relation der Algebra ist, dann werden wir in dem DB1-Modul, das ich da mitgebracht habe, schon im ersten Teil der Vorlesung, in diesem Python-Modul, eine entsprechende Implementation eines des algebraischen Operators dort auch finden. Heißt dann bloß nicht siegbar, sondern er heißt Select. Aber ansonsten sieht das Ding von seinen Argumenten so aus, wie wir das irgendwie erwarten würden. Wir brauchen ein Prädikat P und wir brauchen eine Input Relation R. Okay. Und ja, dann kann ich hier auf die Implementation meiner Selektion gucken und niemand wird an der Stelle irgendwie überrascht sein. Ich habe das hier in Form von List Comprehensions implementiert, weil das irgendwie die einfachste und eleganteste Form, kompakteste Form der Iteration ist, die ich benötige. Ich werde nämlich hier über jede Row in der Input-Tabelle R iterieren, das Prädikat für die aktuelle Row auswerten. Hier seht ihr, P schaut nur auf die aktuelle Row und hat niemals Zugriff auf alle Zeilen in R oder sowas. Der Fokus von P ist die aktuelle Spalte, äh, die aktuelle Zeile, Entschuldigung. Wenn die, wenn das mit True bewertet wird, dann kommt diese Row unverändert raus, schemaerhaltend. Genau. Ich hoffe, ihr könnt diese Comprehensions lesen, die kommen nämlich ab und zu jetzt mal hier auf den Folien vor, wenn wir uns auch überlegen, ob dieser eine Operator nicht genau das gleiche berechnet wie der andere. Dann muss man manchmal auf diese Comprehension-Ebene zurücksteigen und die Comprehension miteinander vergleichen und dann sieht man, oh ja, tatsächlich ist genau das gleiche. Okay. Ja. Wenn ich Programmiersprache wäre, dann würde ich sagen, oh, das ist ja interessant. Diese Select-Function, die du hier in Python implementiert hast, das ist ja eine Higher-Order-Function. Die hat hier ein Argument P und P ist offensichtlich selber wieder eine Funktion, eine Butsche-Funktion, ein Prädikat, denn man sieht, in welcher Rolle P hier in dem Body der Funktion Select angewandt wird. Sie wird nämlich auf die aktuelle Row angewendet. Also ist Select oder Sigma ein Higher-Order-Operator sozusagen. Okay. Könnt ihr alle die Comprehension lesen? Alles klar. So, um zu zeigen, dass das tatsächlich auch in unserem Modul tatsächlich so funktioniert, wie ich versprochen habe. So. Und größer. From db1. Bisher stand da glaube ich immer from db1 Import Table oder sowas. Jetzt schreibe ich da unbedingt from db1 Import Stern, weil wir eine ganze Menge andere interessante Funktionalität in diesem db1 Modul nämlich auch noch drin haben. Die ganzen Implementationen der algebraischen Operatoren, zum Beispiel Select, zum Beispiel. Mit from db1 Import Stern habe ich den Select jetzt zur Verfügung. Ich baue mir eine Sample-Tabelle auf. Wer auf diese Sample-Tabelle schaut hier mit den drei Spalten A, B, C und hier in der Mitte zum Beispiel mit den True-True-False-Werten, der wird erkennen, das ist genau die Relation hier. True-True-False, 2010-10, lass mal vergleichen. 2010-10, ja, das ist genau die Relation. Okay. Ich baue mir also so eine literale Tabelle, so eine literare Relation auf. Dreispaltige Relation. Und hier mit dem entsprechenden Statement hier habe ich jetzt tatsächlich eine Relation in der Hand, eine, auf der ich die ganzen Implementationen meiner algebraischen Operatoren hier in Python tatsächlich anwenden kann. Übrigens werdet ihr im Laufe der Beispiele sehen, dass diese Table-Funktion hier ziemlich flexibel implementiert ist. Sie kann also hier so eine direkte Liste von Daten irgendwie konsumieren und daraus eine Relation bauen. Sie kann ein CSV-File konsumieren, das haben wir schon öfter gemacht, ja, und daraus sich irgendwie die Relation zusammenbauen. Sie hat auch noch die Möglichkeit irgendwie, sich aus so einem Inline-String, kann ich euch nachher zeigen, irgendwie auch die Tabelle irgendwie wieder zusammenzubasteln und so weiter. Also es gibt sehr verschiedene, flexible Möglichkeiten, dass ihr die Daten in eure Python-Programme irgendwie reinbekommt. Okay, komm, lass mal kurz Python anwerfen hier. Nee. Da ist es. Ich fühle das, oh, sorry. Kurz ausführen. Alles klar, super. Ja, und jetzt kann ich herkommen. Jetzt kann ich herkommen mit meiner Select-Operation. Select, das ist mein Sigma, braucht genau zwei Argumente. Zweites Argument ist die Input-Relation R, da steht sie. Okay, erstes Argument ist das Prädikat P. Okay, ein Prädikat ist eine Funktion, eine Funktion, die einen Boolean rauswirft. Okay, also das, was jetzt hier orange markiert ist, das muss eine Booge-Funktion sein. Okay, das ist eine Booge-Funktion von der Art, die es nicht verdient hat, ihren eigenen Namen zu bekommen. Ja, das ist so ein One-Time-Use. Ich brauche jetzt hier genau an der Stelle eine Funktion, die mir aus dem Tuple T auf die Spalte A schaut und das mit 1 vergleicht diesen entsprechenden Wert. Ja, tolle Funktion, so ein Drittelzeiler oder sowas, die werde ich nicht explizit in meinem Python-Code als Funktion irgendwie einbetten, sondern ich benutze die Lambda-Notation, die auch in Python zur Verfügung steht, um hier so eine anonyme Inline-Funktion zu formulieren. Okay, also, wie liest man diese Lambda-Notation? Diese Funktion hat genau ein Parameter, das heißt T. Okay, das ist der Body der Funktion. In dem Body der Funktion wird offensichtlich ein Boolean berechnet, das wird nämlich das hier mit 1 verglichen. Okay, was ist das hier? Zugriff auf das Tuple T und zwar auf die Spalte A. Diese Notation, die kennt ihr schon. Ja, irgendwie auf ein Tuple ein bestimmtes Feld zugreifen, das ist die 0815-Pickel-Notation, die wir immer benutzt haben. Ich weiß, wenn ich das tatsächlich als Zahl interpretieren will, dann muss ich da mit diesem Typecast daherkommen. Ich möchte es als Zahl interpretieren, ich möchte es mit 1 vergleichen, fertig, das ist meine Funktion. Wer kann, kennt ihr alle Lambdas? Also es haben nicht alle genickt sozusagen. Jeder, der irgendwie Info 1 bei entweder Ostermann oder Grusche gehört hat und so weiter, liebt Lambdas. Okay, ich hoffe, ihr könnt mit diesen anonymen Funktionen an der Stelle irgendwie leben. Ich finde, erst habe ich gedacht, als ich diese Algebra konstruiert habe, oh, das ist total doof, ich möchte da hinschreiben, A gleich gleich 1. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, nee, hey, das ist eine Funktion, das ist eine Buhlsche Funktion, benutzt die Syntax, um Buhlsche Funktionen zu notieren sozusagen und da steht sie in orange markiert. Okay, also jetzt kann ich das ausführen. Wir haben Closure, das heißt, wir werden eine Relation reinstecken und hier am Ende, was hier rauskommt, das wird wieder eine Relation sein. Machen. Und hier, hier seht ihr, wie ihr so eine Relation jetzt in Kugel speichert, wie ihr die ausgeben könnt. Fertig, da ist sie. Das sind genau die zwei Zeilen, die irgendwie auch auf der Slide irgendwie versprochen wurden. Die beiden Zeilen sind das hier. Und nur damit irgendwie klar wird, wie das Ganze funktioniert, habe ich die ganzen anderen Use Cases, die auf der Slide irgendwie angedeutet waren, zum Beispiel die Evaluation eines einfachen Booleans, ohne dass irgendwie das Prädikat weiter komplizierter ist. Die habe ich hier mal hinterlassen, da kommt das mal raus. Oder wie ein Kommilitone sagte, hier an der Stelle zum Beispiel, C größer 20. Das wird wohl die leere Relation ergeben. Ausführen. Ja, ist leer, kommt nichts rein. Oder die hier. Die Vieh sagte hier, das gibt ein Problem. Gibt leider keine Auswertung, äh, kein, kein, hier gibt es keinen Fehler schon bei der, bei der Definition der Query Q sozusagen, sondern erst dann, wenn ich das Ding tatsächlich irgendwie auswerte. Also hier, wenn ich jetzt tatsächlich, äh, das Ding zur Auswertung bringe, dann sieht man, hier wurde versucht auszuwerten, das ging aber irgendwie schief. Es gibt, am Ende gab es ein Key Error, ja, weil es irgendwie den Key D, ja, also die Spalte D in dem Tupel T nicht gibt und dann fährt uns das ganze Ding vor der Wand, vor die Wand. Leider erst zur Laufzeit, keine statische Überprüfung oder irgendwie sowas, aber trotzdem gut genug über unsere Zwecke. Alles klar, das war das. Okay. Also, wenn da stimmt, was auf den ersten Folien stand, also es stimmt immer alles, was auf meinen Folien steht, fast alles sozusagen, ja, dann haben wir ein Fünftel der Operatoren eigentlich schon besprochen. Jetzt, zwei, drei Fünftel wollte ich heute mit euch machen, ja. Zweites Fünftel, Projection, auch ein Unera-Operator, okay. Eine Relation wird konsumiert, eine neue Relation wird konstruiert. Hat auch ein extra Argument in eckigen Klammern, ist auch wieder eine Funktion. Also Projection und Selection sind irgendwie zwei Kumpel, die sehr, sehr eng miteinander verwandt sind. Ja, das Symbol, das dazu benutzt wird, ist P, P, Projection, ist wieder die Eselzbrücke, die man an der Stelle braucht. Okay. Ja. Eigentlich ist die Aktion von P sogar noch einfacher als die von Selection. Konsumiere alle Tuple aus der Input-Relation R. Auf jedes Tuple wird die Funktion L angenannt. Warum ich sie L nenne und nicht F oder so, wird gleich klar. Okay. Wird L angewandt. Durch L berechnet mir ein neues Tuple. Du gibst mir ein altes Tuple aus R. Daraus berechne ich L dir ein neues. Dieses neue Tuple kommt in den Output fertig. Okay. Also alle neun von L berechneten Tuple werden in eine Relation zusammengefasst. Das ist das Ergebnis der Projection Pi L. Dieses Argument L, diese Funktion, Pi ist also wieder Higher Order. Okay. Dieses Argument L nennen die Datenmenge auch oft Projection List und nicht Projection Function, weil sehr oft die Aktion, die Aufgabe von L ist, die die Attribute der Einkommenden, die Spalten der einkommenden Tuple zu inspizieren. Das Erste, das Dritte und das Letzte Tuple. Nein, das Erste. Oh mein Gott. Ich komme noch mal rein. Also die normale Aufgabe von L ist, die Spalten der einkommenden Tuple zu inspizieren und zu sagen, hey, du Erste, du Dritte, du Letzte Spalte, ihr dürft bleiben. Die Zweite, die Vierte, alle Spalten da drin fliegen raus. Ich liste auf, welches die gewünschten Spalten sind. Alle nicht aufgelisteten Spalten fliegen raus. Das ist die Aufgabe der Funktion L. Daher kommt der Name Projection List. Das ist einfach, die Funktion L kann eine Menge Dinge mit diesen Tuplen aus der Relation R anstellen, aber fast immer ist die Aufgabe, bestimmte Spalten wegzuwerfen und nur bestimmte Spalten aufzubewahren. Darum Projection List. Okay. Aus einem Tuple wird ein neues Tuple berechnet. Okay. Und wie ich gerade schon gesagt habe, oft ist es die Aufgabe von L, bestehende Spalten einfach wegzuschmeißen, bestehende Attribute einfach zu discarden, wegzuschmeißen. Und die Datenbanker sagen oft dazu, die Attribute werden wegprojiziert. Naja. Oder Attributes are projected away, finde ich jetzt nicht so cool, aber wahrscheinlich ist es bei mir irgendwie so drin im Kopf, dass ich auch diese Terminologie hier öfter benutzen werde. Okay. Jetzt wisst ihr wenigstens, was damit irgendwie gemeint ist. Aber das ist der allgemeine Fall. Ich kann eigentlich aus den Input-Spalten, die mir das Tuple in die Hand gibt, das aktuelle Tuple, kann ich eigentlich beliebige Ausdrücke berechnen und mir ein neues Tuple konstruieren. In der ersten Komponente steht die Summe der A- und B-Spalten. In der dritten Komponente steht der Wert Fu. In der vierten Spalte steht was weiß ich. Die Funktion L kann ein neues Tuple zusammenstellen auf beliebige Art und Weise aus den Daten, die ihm das alte Tuple zur Verfügung stellt. Okay. Damit ist klar, das Schema der durch die Projektion L definierten Relation wird vollkommen anders sein im allgemeinen Fall als das Schema der Input-Relation. Die Funktion L erfindet neue Spalten, schmeißt bestehende Spalten aus der Relation R weg und so weiter, entsteht eine Relation mit völlig neuem Schema im allgemeinen. Okay. Wie sieht es mit den Kardinalitäten aus? Dass bei der Selektion die Kardinalität der Input-Relation abnimmt, ist klar. Da wird ja eine Teilmenge berechnet. Bestimmte Rows aus der Input-Relation R können sich gegen das Prädikat P nicht behaupten, fliegen raus. Alles klar. Aber auch hier bei der Projektion, wo doch die Funktion L aus einem Input-Tuple ein Output-Tuple generiert, haben wir in allgemein diese Beobachtung der Kardinalität. Nach der Projektion nimmt die Kardinalität normalerweise ab. Im allgemeinen Fall. Wie kann das sein? Das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Sorry, nochmal bitte. Wenn man einen Haufen True-Spalten einzieht, dann nimmt die Breite der Relation zu, aber die Kardinalität ist die Anzahl der Zeilen. Du sprichst von der Breite der Relation? Okay. Aber ich spreche von der Kardinalität, das ist die Anzahl der Zeilen. Und die nimmt hier im allgemeinen ab. Die kann, ja genau, die nimmt im allgemeinen ab, während die Breite beliebig sein kann. Einspaltig, tausendspaltig oder sowas. Wie kann es dazu kommen, wenn L doch ein Input-Tuple auf ein Output-Tuple wirft? Immer daran denken, was die Relationen. Hast du eine Vermutung? Ja, es hängt damit zusammen, dass die Funktion L die Möglichkeit hat, bestehende Informationen aus den Tupeln zu ignorieren oder wegzuschmeißen, sozusagen. Okay. Alles klar. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ich wiederhole die jetzt hier mal, weil die wahrscheinlich sonst im Video keiner sieht. Stell dir vor, du hast in der Input-Relation R zwei Zeilen, die sich im Attribut X unterscheiden. Alle Spalten sind gleich, diese beiden Zeilen. Aber in der Spalte X steht bei der einen Zeile eine Null und in der anderen Zeile steht eine Eins. Das sind das zwei verschiedene Zeilen, die der Input-Relation durchaus nebeneinander leben können, sozusagen. Eine Projektion, die die Spalte X wegprojiziert oder entfernt, wird das Unterscheidungskriterium zwischen diesen beiden Zeilen entfernen. Nach der Projektion, nach der Anwendung von L, sind die beiden Zeilen in all ihren anderen Spalten identisch. In der Output-Relation Mengen von Tupeln, genau wie du gesagt hast, gibt es keine Duplikate. In der Output-Relation werden diese beiden Zeilen zu einer Zeile nach Duplikat-Entfernung und damit nimmt die Kardinalität im Allgemeinen ab. Okay, richtig wiedergeben, das war der Plan. Alles klar. Ja, das sieht man auch in der Implementation. Wenn ich jetzt in das Pickel-Modul wieder reinzoome und mir die Implementation von Project angucke, also meiner Implementation von P, natürlich wieder zwei argumentige Funktionen. Higher Order, L ist eine Funktion, R ist die Input-Relation. Das ist der entsprechend, hier, sorry, jetzt gehighlighted, das ist die entsprechende Implementation von dem Ding. Iteriere über alle Zeilen in der Relation R. Auf jede dieser Zeilen wird die Funktion L angewandt, wie ihr das hier sehen könnt. Ja, okay. Weil jetzt hier in dieser Liste potenziell Duplikate entstanden sein können, genau aus dem Grund, den der Kommilitone gerade erwähnt hat, habe ich hier leider die Aufgabe, mit einem expliziten Dupe- oder Duplikat-Entferner drüber zu gehen und eventuell entstandene doppelte Elemente zu entfernen, sodass, was mir da tatsächlich das Project zurückgibt, wieder eine Menge von Tupleness. Okay, entsteht tatsächlich Aufwand da an der Stelle. Alles klar. Klar, PL ist wieder, oder Project L ist wieder eine Higher Order Function. Eine Higher Order Function, die sogar einen schönen Namen hat in Function Programming Languages, ist das die Map Function. Ja, es kommt eine Liste rein, auf jedes Element der Liste wende ich die Funktion L an, entsteht eine neue Liste. Hier werden halt Relationen oder Mengen von Tuplen verarbeitet. Aber das ist Mapping. Mapping über Mengen von Tuplen. Ja, oder wie man auch sagen würde, Mengen von Tuplen haben eine funkturielle Struktur, wie die Datenbanker, die FPler sagen würden. Weil wir das gerade in FP am Donnerstag besprechen werden. Ja, man könnte eine Funkturinstanz für diese Mengen irgendwie konstruieren. Und die Pi-Funktion wäre die FMap-Implementation. So, das war jetzt der Haskell-Teil an der Stelle. Okay. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese L-Funktion in typischen Queries ist das nicht irgendeine beliebige Funktion, die daherkommt, die ein Tupl auf ein anderes abbildet. Sondern es gibt immer wieder Situationen, die eigentlich nur die Anzahl der Spalten, die in den Tuplen sind, irgendwie manipulieren. Ja, also zum Beispiel wird man sehr oft Funktionen finden, die, wie ich schon gesagt habe, einige Spalten aus den Input-Tupeln bewahren, andere Spalten wegschmeißen oder die wegprojizieren. Ja, dann könnte ich mir da eine tolle Syntax für die Funktion L an der Stelle irgendwie ausdenken. Aber die häufige Syntax, die man trifft, ist einfach die hier. Ich mache eine Projektion auf die Tabelle R und die einzigen Spalten, die ich behalten will, sind C und A. Okay. Jetzt wüsste auch, wo Projektionsliste, diese Syntax und wie herkommt. Das C, A ist eine Abkürzung für eine Funktion, die ein Tupl konsumiert, nur die Spalten C, A behält und alle anderen wegschmeißt. Okay. Was man auch oft findet, ist dieser Spezialfall hier. Relation R kommt rein, hat mindestens die Spalten A, B, C in diesem Beispiel. Okay. Ich baue mir neue Tuplen zusammen, die auch dreispaltig sind. Was vorher die Spalte A war, die soll jetzt X heißen. Was vorher B war, soll jetzt Y heißen. Spalte C behalte dich unverändert. Das ist die entsprechende Syntax, wie man findet. So ein Pfeil nach links Notation zur Umbenennung von Spalten. Weil das so häufig vorkommt, weil das so häufig vorkommt, auf dem Motto, benenn doch mal ein paar Spalten um, die hier und alle anderen Spalten dürfen unverändert weitergegeben werden. Manche Textbooks definieren dafür einen extra Renaming-Operator. Einer, der nichts weiter kann. Der hat wirklich keine anderen Fähigkeiten, außer Spalten umzubenennen. Der Ro- oder Renaming-Operator. Das findet man manchmal in, vielen Dank Backup, das findet man manchmal in der, in der, in manchen Textbooks. Ich glaube, hier und da kommt das auch auf den Folien vor. Ro ist also nichts Spezielles. Ro ist einfach nur ein Operator, der die gegebenen Spalten hier explizit umbenennt und alle anderen Spalten in R beibehält unverändert unter ihrem alten Namen. Bitte. Korrekt. Ja. Genau, ich gehe von der Relation hier aus und die Kommilitonin sagt, hey, das hier macht aber nur genau das gleiche wie das hier, wenn er nicht noch eine D-Spalte gehabt hätte oder sowas. Dann würde nämlich der Gehighlightete, würde das D wegprojizieren, D-W-Slang, während der Ro A und B umbenennen würde und C und D unverändert übernehmen würde. Das ist der Punkt, den du machen wolltest. Korrekt. Also sind die beiden nur äquivalent unter der Annahme, dass unser Beispiel tatsächlich R ABC ist. Okay, alles klar. Ja, oder der allgemeine Fall, der allgemeine Fall, dass ich hier in den, in den eckigen Klammern so eine Liste von Vorschriften irgendwie angebe, die mir sagen, Mensch, bauen wir doch neue Tupel mit XYZ-Komponenten. Die erste Komponente X ergibt sich aus der Summe der A und C-Spalten der Eingänge in den Tupel. Hier in die Y-Spalte ist offensichtlich Buhlsch, hat die Negation der Buhlsch-Spalte B und die Z-Spalte hier, die trägt einfach nur den konstanten Stringliteral Lego. Egal, wie das Input-Tupel aussah, ich erfinde einfach eine neue Z-Spalte und schreibe da den Wert Lego rein. Okay. Also, einfach mal wieder hier ein Beispiel gegriffen. Hier ist meine Relation, meine dreispaltige Relation ABC, die wir schon kennen. Darauf diese relativ allgemeine Projektion irgendwie angewandt. Wir wissen, das Schema dieser neuen Relation wird die Spalten XYZ tragen. Sauber, da sind sie. Okay. Die Spalte X trägt die Summe aus A und C. 1 plus 20 ist 21, 2 plus 10 ist 12, da steht es. Die Y-Spalte ist das negierte B. True, true, false, 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 true, sauber. Die Z-Spalte wird einfach durch das literale Lego belegt. Fertig. Das ist die neue Relation, die da an Stelle dabei rauskommt. Okay. Oder eine Projektion, die die Spalte C weg projiziert und gleichzeitig noch A und B in X und Y umbenennt. Das ist ein Pi-Operator, kein Roh-Operator, oder? Ja, dann fällt nachher die Spalte C vollkommen weg. A und B sind jetzt X und Y und hier sieht man den Effekt der, hier sieht man den Effekt der Reduzierung der Kardinalität. Die ersten beiden Zeilen haben sich hier noch in der Spalte C unterschieden, nämlich im Wert 20 und 10. Diese Unterscheidung ist durch die Wegprojektion des C weggefallen. Damit sind, hier, ist das hier der Stellvertreter, die ein, oh mein Gott. Das hier ist der Stellvertreter, die erste Zeile ist der Stellvertreter, eins true, für die oberen beiden Zeilen aus dem Input. Kardinalität ist runtergegangen. Alles klar. Hervorragend. Natürlich kann man das on Python nachspielen. Hier würde ich das entsprechende Pfeil dazu. Meine Beispieltabelle definiere ich hier nochmal. Die hatte ich eigentlich schon. Die kann ich unter dem Namen R jetzt irgendwie anfragen. Hier ist eine entsprechende, weil ich fand ein bisschen kleiner, für dieses eine Beispiel. Hier ist mein erster Aufruf eines Pi-Operators, eines Project-Operators. Natürlich mit zwei Argumenten. Hier ist die Input-Relation. Hier ist die Spezifikation der Function L. Jetzt in orange. Okay. Die Function L konsumiert ein Tuple T. Konsumiert ein Tuple T. Da ist es. Okay. Und baut mir ein neues Tuple. Hier seht ihr die typischen Tuple-Klammern, die wir benutzt haben, die wir als Python Dictionaries dargestellt haben. Okay. Also aus dem alten Tuple T wird ein neues Tuple generiert mit den Spalten X, Y und Z. Hier in der Z-Spalte steht zum Beispiel das Literal-Lego einfach drin. Sauber. In der Y-Spalte steht die Negation des Bs drin. Okay. Also auf das alte B zugreifen. Das als Boolean interpretieren und dort die Boolean-Negation ausführen. Okay. In der Spalte X steht die Summe aus A und C. Auf A zugreifen, aus C zu greifen, beide als Integers interpretieren und damit hier mit den Integers die Addition ausführen. Fertig. So seht die entsprechende Syntax in Pickel raus. Ausführen, Ausgabe, anschauen. Da unten ist unsere Relation mit dem Z-Lego und so weiter hervorragend. Hier, das ist ein Beispiel für eine Umbenennung und das Wegprojektion der Spalte C. Ihr seht, ich habe nachher nur noch Spalten X und Y und hier waren vorher die Spalten A und B. Das müsste eigentlich dazu führen, dass die Kardinalität abnimmt. Ja, nur noch zwei. Oder als Service für euch, um dem Namen Projection-List gerecht zu werden, wenn tatsächlich die Aufgabe der speziellen Projektion, die ihr gerade schreiben wollt, wirklich nur ist, behalt die Spalte A und die Spalte Fu und die Spalte X oder sowas über, dann dürft ihr die Namen A, Fu, X auch einfach nur in diese eckigen Klammern reinschreiben. Da braucht ihr da keinen Lambda reinzuschreiben und so weiter. Das hier ist eine entsprechende Abkürzung dafür, die wirklich dem Namen Projektionsliste irgendwie gerecht wird. Das hier ist wirklich die Projektion auf die einspaltige Relation A. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das da. Ich hätte auch noch das C reinschreiben können, eine echte Projektionsliste machen können. Ja, da sind halt noch A und C irgendwie zu sehen. Und das B ist wegprojiziert worden. Also, sehr flexible Syntax, die wir da an der Stelle eingebaut haben. Okay, das ist die Projektion. Zwei Fünfte. Das waren die beiden unnäheren Operatoren in der relationalen Algebra. Jetzt kommen nur noch binäre dran. Und ja, der erste ist das kathesische Produkt. Den können wir noch locker irgendwie so mitnehmen, weil jeder hier im Raum kennt, was das kathesische Produkt macht. Binäre Operator, reingehend zwei Relationen. Input Relations R1, R2. Output Relation, natürlich nur eine. Jeder Operator erzeugt nur eine Output Relation. Enthält alle möglichen Zusammenstellungen, alle möglichen Konkatenationen aller Tupel, die R1 und R2 irgendwie beitragen können. Beliebige Kombinationen werden hergestellt. Das kathesische Produkt ist nicht wählerisch. Okay. Ja. Voraussetzung ist, dass die Schemata der beiden Inputs R1 und R2 keine Namen teilen. Wir stellen nachher zusammengestellte Tupel zusammen. Wir konkatenieren die Tupel aus R1 und R2. Wenn sowohl die linke als auch die rechte Seite eine A-Spalte beitragen würden, dann hätte die Konkatenation dieser breiten Tupel, hätten zwei Spalten den Namen A. Wie sollten wir uns jetzt irgendwie eineindeutig auf die jeweils auf das eine oder andere A beziehen können? Darum gibt es die Vorbedingungen, bevor kathesisches Produkt ausgeführt wird, müssen die Schemata von R1 und R2 disjoint, disjunkt sein. Hervorragend. Das ist aber überhaupt keine Restriktion. Stell dir vor, wir wollen das kathesische Produkt von R1 und R2 machen und es gibt einen nicht leeren Schnitt der Schemata. Dann nehmen wir uns einen der beiden kathesischen Produktpartner her, werfen dann ein Pi drauf oder ein Ro und benennen einfach Spalten um. Die Spalten, die sonst doppelt benannt wären zum Beispiel. Oder manchmal auch alle Spalten innerhalb eines der beiden Partner, die in das kathesische Produkt eingehen. Gar kein Problem. Das erlaubt mir auch zum Beispiel, das kathesische Produkt einer Tabelle R mit sich selbst zu berechnen. Eine der Kopien von R muss ich bloß mit einem Pi vorbehandeln, um die entsprechenden Spalten umzubenennen. Okay. Damit sollte gleich das hier klar sein. Das Schema nach dem kathesischen Produkt ergibt sich aus der Konkatenation, aus dem Zusammenwerfen der Schemata der beiden Teilnehmer hier. Also was hier, hier ist so ein Symbol, das irgendwie Mengen von Attributnamen, zu einer großen Menge von Attributnamen zusammenwirft. Eigentlich könnte da ein Union stehen. Ich habe da oben aber so ein Plus drüber gemacht. Eigentlich gehört da ein Punkt drüber. Fällt mir jetzt gerade ein. Punkt steht für disjunkter Union. Benutzen die Mathematiker manchmal, wenn sie wissen, dass die Schema R1 und Schema R2 oder die Mengen AB, die in so einen disjunkten Union eingehen, keine doppelten Elemente beitragen werden. Das weiß ich hier an der Stelle. Das ist Vorbedingung. Okay. Also werden meine Tupel breiter. Endlich haben wir breite Tupel sozusagen. Das sind die breiten Tupel, von denen der Kommilitone gesprochen hat. Genau. Und wir haben das da. Die Kardinalität, wie berechnet die sich? Ja klar. Alle Tupel aus R1 in allen Kombinationen mit allen Tupeln aus R2. Das ist das Produkt der Kardinalitäten. Das hier, das ist ein Operator auf endlichen Mengen. Jetzt bin ich hier in der Relationen-Algebra. Das hier ist eine Multiplikation von natürlichen Zahlen. Nur als, weil der Zuckerspiegel runtergeht und so weiter. Nur als Hinweis. Implementation von dem ganzen Ding. Ich habe das Ding Cross genannt. Hätte auch Card Product oder irgendwie sowas heißen können. Hier heißt es Cross. Zwei Relationen gehen rein. Keine Higher Order Operation. Keine Function P oder L, die da reingeht. Alles klar. Lass mal schauen. Erstmal checken, dass die Schemata tatsächlich des Jungt sind. Okay. Also ich gucke mir die Schemata von R1 und R2 her. Berechne die Intersection von beiden. Und checke dann, dass sie tatsächlich leer ist. Also hier, das sind so Operationen auf Mengen, die ich hier in Python ausnutze, um zu checken. Tatsächlich, du darfst dieses kathetische Produkt ausführen. Hier ist das kathetische Produkt zu sehen. Ist wieder eine List Comprehension. Das ist der hintere Teil der List Comprehension, in der ich über alle Rows in R1 und alle Rows in R2 literiere. Und aus der jeweils aktuellen Row 1 und Row 2 hier eine breite Row zusammensetze. Der Operator, dieses Plus im Kreis, das ist die Tupel-Konkatenation, die an der Stelle stattfindet. Die darf sich darauf verlassen, dass weder Row 1 noch Row 2 gleichnamige Felder beitragen bei der Konstruktion des neuen Tupels. Ja, was kann ich damit machen? Was kann ich mit dem kathetischen Produkt so anstellen? Wie spät haben wir es eigentlich? Den kriegen wir noch hin. Was kann ich mit dem kathetischen Produkt so anstellen? Ja, allerlei. Ich habe hier zum Beispiel eine kleine Mini-Relation hergebracht, diese speisspaltige Relation From2 hergebracht. Was die macht ist, mir eigentlich einen Graphen zu konstruieren oder einen Graphen zu modellieren. Okay, diese Zeile hier ist zu lesen. Es gibt zwei Knoten in meinem Graphen namens B und A und es gibt eine Kante von B nach A. From B to A. Okay, also gibt es in diesem Graphen Knoten A, B, C, D, lese ich aus der Tabelle. Und es gibt genau vier Kanten, die vier Kanten, die durch die Zeilen dargestellt werden. Ich kann von A nach B gehen und ich kann auch von B nach A gehen in meiner Relation. Das ist da dargestellt. Oh, warte mal. Schärfer bitte. Schärfer, sage ich. Wo war denn der Sharp-Button? Nee. Ah. Ach cool. Wusste ich gar nicht. Okay. Sharp-Button ist da. Okay. Ich kann von B nach C gehen und ich kann, glaube ich, von A nach D gehen. Das ist der Graph, der da dargestellt wird, nur damit das irgendwie klar ist. Okay. Gerichteter Graph, dargestellt in Form einer Adjacenz-Relation. Okay. Ja. Das ist meine Relation G, nenne ich die mal, mit zwei Spalten from to. Jetzt würde ich gerne die Querie beantworten, hey, ich weiß jetzt, wie die direkten Kanten laufen. Nämlich von A nach B zum Beispiel oder von A nach D oder sowas. Ich würde aber gerne wissen, wenn ich auf einem bestimmten Knoten sitze und ich erlaube mir, zwei Kanten zu durchlaufen, so two hops zu machen, wo kann ich denn überhaupt hinkommen? Okay. Also eine super einfache Operation auf so einer Adjacenz-Relation. Okay. Und ja, das kann man tatsächlich in einer algebraischen Querie formulieren. Algebraische Querie bedeutet, wir bauen die rein aus Anwendungen, Hintereinanderanwendungen von Operatoren der relationalen Algebra auf. Und zwar den Operatoren, die wir bisher schon besprochen haben. Und weil wir Closure haben, kann ich mir sicher sein, dass zum Beispiel hier dieser Operator hier, die Anwendung der Projektion auf G, mir wieder eine Relation gibt. Eine Relation kann ich mit einer anderen Relation mit kathetischem Produkt behandeln. Das gibt mir eine Relation, auf der ich eine Selektion machen kann. Das gibt mir eine Relation, auf der ich eine Projektion machen kann. So sehen auf einmal algebraische Queries aus. Hintereinanderanwendungen von algebraischen Operatoren. Okay. Ja, was da tatsächlich bei rauskommt, ist das da unten. Und wir könnten uns jetzt erstmal hier anschauen, ob da tatsächlich was Sinnvolles bei rauskommt. Zum Beispiel sagt das Ergebnis der Relation, Mensch, wenn du two hops machen darfst, dann kannst du von A nach A gelangen. Ich denke, das müsste stimmen. Two hops von A über B wieder zurück nach A. Geht. Alles klar. Oder du kannst zum Beispiel von B nach D gelangen. Okay. B nach A und von A nach D. Ja, geht tatsächlich. In two hops von B nach D. Das geht tatsächlich. Okay. Also das, was da irgendwie rauskommt, kann ich dann irgendwie gebrauchen als Ergebnis. Kommt sich nur darauf an, wie man auf das entsprechende Ergebnis kommt. Okay. Und ihr seht, hier wird ein kathesisches Produkt der Tabelle G mit sich selber berechnet. Die Adjacenztabelle wird also irgendwie neben sich selbst gestellt. Okay. G hat die Attribute from to. Wenn ich die auf beiden linken Seiten meines kathetischen Produkts irgendwie beitragen lassen würde, hätte ich die Vorbedingungen des kathetischen Produkts verletzt. Eine der beiden Seiten muss sich einer Umbenennung unterwerfen. Also hier die rechte Seite wird umbenannt. Die Spalten nenne ich jetzt from to und to to oder to 2 und from 2. Okay. Und zwar werden hier beliebige Kombinationen hergestellt. Hier werden beliebige Kanten von g neben beliebige Kanten von g gestellt. Gibt genau 16 Kombinationen. 4 mal 4. Aber nur einige von diesen Kombinationen finde ich spannend. Nämlich die Kombinationen, in der die, hier, diese Bedingung gilt. To ist gleich from 2. Ich nehme die linke Kante her, die endet im Knoten to. Und die rechte Kante geht vom Knoten from 2, der gleich to ist, weiter zum Ziel to 2. Okay. Also zwei Kanten nebeneinander. Die erste Kante führt mich zu einem Knoten, von dem die zweite Kante losläuft. Das ist genau die Gleichung, die ich da checke. Dann habe ich insgesamt von from bis to 2 tatsächlich so ein Pfad der Länge 2 in der Hand. Ich kann es euch gleich im Python zeigen. Weil mich die Zwischenhop, dass ich von B nach D kommen kann, über A ist zwar interessant, aber das A interessiert mich nicht. Ich möchte den Startpunkt from und den finalen Endpunkt to 2, die interessieren mich. Also schmeiße ich alles andere weg. Schmeiße ich alles andere weg. Und damit das Ergebnis schön aussieht, werde ich das to 2 am Ende noch hier in den to umbenennen mit meiner Projektion. Und dann habe ich das Ergebnis hier an der Stelle. Ich habe das noch mitgebracht. Das kann ich noch zeigen. Und dann wird, glaube ich, mit der Vorlesung gut wie durch. Hier ist meine to hops query. Hier ist meine Adjacenzrelation. Genau die von der Slide. Definieren. Da ist sie. Alles klar. Hier habe ich euch meine andere äquivalente Syntax gezeigt, in der man diese Relation auch noch angeben kann. Scroll ich jetzt drüber, weil es nicht wichtig ist. Das ist mein Graph G. Und jetzt hatten wir die Query so in Schritten aufgebaut. Mensch, mach doch erstmal das kathesische Produkt da, dann mach eine Selektion und dann mach eine Projektion. Alles da. Das war so ein langer String aus Operatoren, den ich auf der Folie aufgebaut hatte. Damit ich mir bei der Formulierung von Query so ein bisschen mehr Struktur reinbringe und auch das Zwischenresultat, das jeweils berechnet wird, explizit anschauen kann, habe ich die Query hier so ein bisschen aufgedröselt in meiner Python-Implementation. Hier findet sich das kathesische Produkt von G mit G. Natürlich erst, nachdem ich eine Kopie von G umbenannt habe. Später dann wird auf das Ergebnis nenne ich Q1, dann selektiert auf Q1, das Ergebnis nenne ich Q2, darauf dann am Ende die Projektion, das Ergebnis kenne ich Q3. Und jeweils nach der Berechnung des kathesischen Produktes, nach der entsprechenden Berechnung der Selektion kann ich in das Ergebnis reingucken. Und das mache ich jetzt hier an der Stelle mal. Ich berechne das kathesische Produkt und lasse mir das hier unten mal ausgeben. Das ganze Ding hat 16 Zeilen. Jede Kante ist mit jeder anderen irgendwie verbunden worden. Es gibt so ein paar von diesen Verbindungen, die ich besonders interessant finde. Hier auf der linken Seite, hier, da befindet sich die erste Kante, hier auf der rechten Seite jeweils die zweite Kante. Es gibt so ein paar Verbindungen, hier die hier zum Beispiel. Die finde ich interessant, weil da der Endpunkt der ersten Kante mit dem Startpunkt der zweiten Kante übereinstimmt. Sauber. Das bedeutet, ich kann von B über A wieder zurück nach B laufen. Okay. Alles klar. Sehr gut. Das ist genau das, was mir diese Selektion hier an der Stelle raussucht. Aus dem fetten kathesischen Produkt Q1, aus diesen 16 Zeilen, such doch bitte nur die Zeilen raus, in denen sich to und from zwei gleichen. Ausführen. Ausgeben. Oh ja, das sind schon viel weniger. Und tatsächlich, alles was mir die Selektion an der Stelle berechnet hat, in all diesen Ergebnistupeln stimmen to und from zwei überein. Das sind zwei Kanten, die ich zack aneinander stöpseln kann. Was mich jetzt interessiert, ist das hier und das hier. Ich kann von A nach C gehen, über B interessiert mich nicht. Also, noch weg projizieren. Alles wegwerfen, außer from und to zwei. Und das to zwei noch umbenennen. Alles klar. Ausführen. Da ist das Ergebnis. Genau das Ergebnis, das wir gerade auf der Folie gesehen haben. Eine schrittweise Berechnung des entsprechenden Ergebnisses. Alles klar. So, damit ist unsere Zeit um. Was ich an dieser Stelle eigentlich hätte machen wollen, ist jetzt noch umschalten auf diesen webbasierten Editor, um euch zu zeigen, es gibt so ein richtig schönes, cooles, interaktives Framework, in dem man mit solchen Queries irgendwie umgehen kann. Aber das behalten wir uns für nächsten Montag auf. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Haut rein, bleibt gesund und wir sehen uns dann wieder. Tschö. Tschö.